Hi Leute und willkommen zu meinem ersten Inboxing. Wie ihr seht, die Kiste ist noch total leer. Ja, im letzten Video habe ich ja gesagt, wer die Gewinner vom Kochsveganen Kochvideowettbewerb sind, wenn ihr das verpasst haben solltet, den Link findet ihr nochmal unter dem Video. Da könnt ihr euch nochmal alle Teilnehmer anschauen und auch die ersten drei Platzierungen. Und wie gesagt, die ersten drei Plätze bekommen auch einen kleinen, großen Preis. Das habe ich ja alles schon mal zusammengesucht und habe das jetzt in der letzten Woche alles endlich mal fertig gekriegt. Ja, ich werde jetzt glaube ich mal den ersten Platz zeigen. Also die erste Kiste, die an Anna geht für den Apfelkuchen. Und Christian, der Bildreispfander, hat wie gesagt den zweiten Platz bekommen und Martina für die Aubergine Lasagne den dritten Platz. Die Welt nicht unbedingt zeigen, was da reinkommt, weil das eigentlich größtenteils das gleiche ist, nur ein bisschen weniger. So, deswegen, ja ein bisschen habt ihr mir auch von euren Gimmicks geschickt. Also ich glaube drei Gimmicks habt ihr mir geschickt, passt sehr gut, kriegt jeder ein Gimmick von jemand anderem. Die werde ich auf jeden Fall zeigen, aber ansonsten ist das wie gesagt für alle so ziemlich das gleiche. Ja, aber was der erste Platz bekommt und der zweite und dritte nicht, das kann ich dann auch noch sagen. Ja, als erstes auf jeden Fall die Kochbücher. Das war ja das erste, was ihr auch bekannt gegeben hatte. Und zwar war das einmal das La Vegane Star von Nicole, Nicole, von Nicole Just. Ja, ich hatte auch die drei angeschrieben nach Reihenfolge, also die erste zuerst, Anna zuerst, dann Christian, welches Buch sie gern haben möchten. Und die Anna wollte gern das La Vegane Star haben. Ja, die Bücher habe ich übrigens nicht gekauft. Das kann ich auch nochmal sagen, das hatte ich auch glaube ich ganz am Anfang, als ich das mal vorgestellt hatte, schon mal erzählt. Da habe ich einfach den Gräfe und unser Verlag gebeten, dass er mir vielleicht ein paar Exemplare, also drei Exemplare schicken kann für einen Wettbewerb. Und haben sie auch gemacht. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das La Vegane Star geht an die Anna. Ja, viel Spaß damit. Dann kann ich auch vielleicht zeigen, dass, warum, das Expresskochen Vegan wollte der Christian gerne haben. Ja, passt auch sehr gut zu seinem Rezept irgendwie. Ja, rein damit. Und das, was noch übrig bleibt, ist Vegan Backen von Nicole Just. Das Expresskochen Vegan war von Martina Kettler übrigens. Und ja, Nicole Just nochmal mit Vegan Backen. Auch ein recht kleines Buch. Aber mit Liebe, aber ohne Ei. Ja, rein damit. So, dann habe ich noch ein paar kleine Sachen. Und zwar habe ich noch ein paar Buttons. Für alle drei. Und zwar ist das einmal Fleisch, nein danke. Einmal Milch, nein danke. Und einmal ein kleiner Kochs-Veganen-Button. Was jetzt die Anna als Einzige bekommt und die anderen beiden nicht, ist ein Bio-Stoffbeutel mit Go-Veganen drauf. Ja, fand ich ganz schön. Und ich hatte überlegt, welchen Aufzug ich nehme, ob ich da irgendwie Kochs-Veganen drauf schreibe. Aber ja, muss ja jetzt nicht andauernd Eigenwerbung sein. Ja, fand ich jedenfalls ganz schön. Das Logo passt auch zum grünen Beutel irgendwie. Ja. Rein damit. Ja, dann habe ich von der Jen ein kleines Gimmick zugesendet bekommen. Das war jetzt die mit der Spitzkohl-Pizza. Und sie hat mir eigentlich teilweise etwas für mich geschickt. Und teilweise etwas für den Gewinner. Und zwar ist das der Kalender 2015 Saisongemüse des Monats. Und ich zeige dir das mal ein bisschen. Also das ist das Deckblatt. Und hier ist quasi immer ein Gemüse. Also vermehrt es der Porree zum Beispiel. Und da kann man den selber ausfüllen. Kann hinschreiben. Porree-Auflauf, Porree-Kartoffelsuppe, Porree-Irgendwas. Kann das hier quasi mit Linien alles dazu schreiben. Und hat dann also quasi mit dem Saisongemüse des Monats ganz viele Rezeptideen, die man den Monat über ausprobieren kann. Ja, finde ich eine super Idee. Und sie hat, wie gesagt, eigentlich einen für mich geschickt. Und einen für einen Gewinner oder den Gewinner. Das Ding ist, ich habe schon so viele Kalender bei mir zu Hause rumhängen. Also wirklich viele. Also ein Arbeitszimmer, ein in der Küche, ein im Flur. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt einfach kurzerhand entschieden, bevor der bei mir rumhängt und ich den vielleicht total vergesse. Jetzt sowieso, wenn jetzt die große Sache mit dem Restaurant demnächst kommt und ich sowieso wenig Zeit habe, wird das, denke ich mal, wahrscheinlich einfach untergehen. Deswegen habe ich mich kurz abentschieden, die beide zu versenden. Und sie hat mir auch noch ein kleines Päckchen mit scharfem Chili dazu gelegt. Ja, ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ich den Kalender an den ersten und zweiten Platz gebe und das Chili an den dritten Platz für Martina. Ich hoffe mal, du magst scharfes Essen. Ja, mache ich jetzt einfach so, weil, wie gesagt, bei mir wird das echt untergehen. Aber prima Idee auf jeden Fall mit dem Saisongemüsekalender. Ja, finde ich toll. So, rein damit. Dann habe ich noch ein weiteres Gimmick von der Anna bekommen. Das war die mit dem Walnuss-Ricotter-Risotto. Glaube ich. Und ja, ein Minigarten-Basilikum. Und da ich, glaube ich, bei Christians Kanal öfter Garten-Videos gesehen habe, dachte ich, passt das ganz gut für den zweiten Platz. Ja. Und das dritte Gimmick kam von Anna, also die den ersten Platz gemacht hat mit ihrem Apfelkuchen. Und zwar ein kleiner Beutel mit meinen Lieblingstees. Schwarz-Tee-Kuss-Chai sehe ich jetzt bloß von vorne. Und das hintere kann ich nicht mehr sehen, weil das zusammengetütet ist. Ja, das geht jedenfalls an die Martina an den dritten Platz. Zack. Ja, das war es soweit mit den Gimmicks, beziehungsweise mit den Sachen, die ihr schon kanntet. So, ich hatte ja auch gesagt, dass ich sozusagen eine kleine Vegan-Box zusammenstellen werde mit selbstgemachten Sachen. Und das habe ich auch gemacht. Insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Sachen vorbereitet. Ja, und bin gespannt, ob die euch gefallen. Ja, als erstes habe ich hier ein Gemüsebrühenpulver selbst gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Lucie hat mir noch ein bisschen mehr verschiedene Gemüse reingetan. Also, auf jeden steht auch immer die Zutaten drauf, übrigens. Gemüsebrühe, Zutaten, Salz. Ist wirklich wenig Salz drin. Also, ich glaube, auf die drei Gläser vielleicht zwei Teelöffel oder so ähnlich. Also, wenn ihr das benutzt, ja, kann sein, dass ihr ein bisschen nachsalzen müsst. Aber ich habe es lieber weniger salzig und salze nochmal selber nach, als wenn die Brühe schon an sich so doll salzig ist. Ja, Zutaten Salz, Möhren, Sellerie, rote Beete, Pilze, Zwiebeln, Lauch, Tobinabur, Knoblauch, Blumenkohl und Paprika. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen rote Beete drin und habe das vorher noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das die Suppe oder was auch immer damit kocht nicht zu doll verfärbt. Und wenn, ist im Endeffekt irgendwie auch egal. Aber, ja, sollte auf jeden Fall sehr geschmackvoll sein. Das Ganze, ja, viel Spaß beim Würzen. Ja, dann habe ich hier ein Wildkräutersalz, bei dem mir die dann auch ein bisschen geholfen hat. Also, beim Wildkräutersammeln in dem Fall. Ja, Wildkräutersalz, Zutaten Salz. Ich habe da Erntesägen-Ursalz genommen. Brennnessel, Giersch, Gundermann, Löwenzahn, Kuhflattigblüten und Scharboxkraut. Ja, sehr würzig auf jeden Fall. Hat einen ganz eigenen Geschmack. Also hat nichts mehr mit wirklich eigentlichem Kräuter zu tun, was man so kennt aus Schnittlauch und, äh, weiß nicht, Petersilie oder was man da sonst so reinmacht. Rosmarin. Ja, hat einen wirklich sehr eigenen Geschmack. Aber wenn ihr zum Beispiel Risotte macht oder zum Beispiel so Kartoffelspalten und die dann damit und Öl mariniert und backt. Ist auf jeden Fall sehr lecker und schmeckt richtig schön nach Wildkräutern. Und ich habe die hier auch, ähm, feucht püriert. Also normalerweise, zumindest habe ich es öfter schon gesehen, dass es auch, ähm, Kräutersalze gibt, die sich dann so ein bisschen, ähm, ja, nicht richtig vermischen, weil halt die Kräuter vorher getrocknet wurden. Dann wurden sie mit dem Salz zusammen vermischt, beziehungsweise, ähm, ja, klein gemahlen, wie auch immer. Und ich mache das eigentlich mit Kräutersalz immer so, dass ich die frischen Kräuter nehme, die im Mixer klein male, zusammen mit dem Salz. Und dadurch bekommt das auch eine schöne grüne Farbe. Und beim Anhang, wenn man das erst trocknen würde, dann würde das eher so ein bisschen gräulich werden. Das kann auch passieren, dass das über die Zeit die Farbe verliert. Aber wenn ihr das gut verschlossen lasst, dann wird es auf jeden Fall auch, ja, intensiv bleiben, auf jeden Fall. Jo, rein damit. Dann haben wir Chiliöl. Das sieht jetzt hier ein bisschen trüb aus, weil ich es aus dem Kühlschrank geholt habe, beziehungsweise weil ich es im Kühlschrank lagere. Ähm, ja, Chiliöl, Zutaten, Habanero-Chilis und Olivenöl. Und ja, es ist Bio-Olivenöl. Außerdem, die Habanero-Chilis sind von meinem eigenen Busch, der jetzt leider eingegangen ist, aber die Habanero-Chilis habe ich selber gezogen quasi und in den Olivenöl eingelegt, dann die Chilis rausgenommen und hatte da ein schön intensives Öl. Meistens, wenn ich das benutze und ich mache mir zum Beispiel eine Nudelfanne, eine Reißpanne, eine Kartoffelsuppe oder irgendwas in der Richtung, dann nehme ich so einen Teelöffel, je nach Menge natürlich, einen Teelöffel, einen halben Teelöffel und rühre das so mit in die Suppe oder in was auch immer mit rein und habe damit so einen schönen Habanero-Chili-Geschmack, der dann auch nicht zu scharf ist. Ja, trotzdem solltet ihr ein bisschen vorsichtig damit sein. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie stark das ist oder wie man das bezeichnen könnte, wie stark das ist, aber ja, probiert es auf jeden Fall erstmal mit kleineren Mengen aus und es reicht manchmal auch, wenn dieser ganz leichte Habanero-Chili-Geschmack in eurer Suppe ist oder was auch immer. da habt ihr dann so einen richtig schönen, ja, intensiven Geschmack, der auch nicht mal unbedingt scharf sein muss. Ja, ich auf jeden Fall mag den Habanero-Geschmack sehr, sehr gerne und ja, ich hoffe mal, dass euch das auch gefällt. Dann habe ich hier noch dieses und ich werde jetzt nicht verraten, was das ist, aus dem einfachen Grund, weil ich vorhabe dazu noch ein Video zu machen und weil das so ein bisschen, ja, ich will die Überraschung gerne dann haben. Ja, ihr drei wisst es auf jeden Fall, denn es steht ja alles drauf, was das ist, was da drin ist und auch, wofür das gut ist. Für alle anderen hoffe ich, dass ich irgendwann schaffe, das Video dazu zu machen, denn wie gesagt, wir haben gerade noch ein paar andere Projekte am Laufen. Ja, okay, rein damit. Dann habe ich noch ein Fruchtgelee gekocht, auch aus eigenen Früchten aus dem Garten, in diesem Fall aus Johannesbeeren, Brombeeren und Kirschen und ich habe als Einlage ein bisschen Orange und Banane dazugegeben, einfach um dem Ganzen etwas Besonderes zu verleihen. Das ist jetzt ein ziemlich großes Glas, das geht auch an den ersten Platz, an die Anna. Für euch beide habe ich jetzt hier nochmal zwei kleinere Gläser und, also es ist ein Fruchtgelee, übrigens habe ich, glaube ich schon gesagt, egal, weil ich mag in Marmeladen mit Brombeeren und Johannisbeeren, ja, Kirschen ja sowieso, die kennen nicht so gerne, weil die immer in meinen Zähnen hängen bleiben und deswegen siebe ich das einfach immer durch und dann hat man ein, quasi ein schönes Fruchtgelee, wo noch ein bisschen Fruchtfleisch mit drin ist, weil das Tossit ja trotzdem durchgeht. Ja, finde ich so auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich hoffe ihr auch. Ja, und eine kleine Sache habe ich hier noch und zwar eine Wegerichsalbe selbst gemacht aus Spitz- und Breitwegerich, Olivenöl und Skibutter und das ist, also Wegerich wird ja zur Wundbehandlung genommen ursprünglich, da hat Dittl nochmal ein Video zu gemacht zu dem Spitzwegerich und Breitwegerich. Habe ich draufgeschrieben hier zu Wundbehandlung und Insektenstichen. Also ich habe es meistens nicht bei Wunden genommen, da kommt bei mir ein Pflaster drauf und dann heilt das ab, aber ich nehme es gerne bei Insektenstichen, bei Mückenstichen, schmier mir das ein paar Mal rauf und dann wird das auch ziemlich schnell besser. Das sind ja solche kleinen Gläser nur, aber die reichen auch, denke ich, mal eine ganze Weile. Leider hat das Etikett nicht ganz so aufgepasst, deswegen steht es ein bisschen über, aber es wird, denke ich, hoffentlich irgendwie gehen. Ja, ich hoffe, das ist auch was für euch. So, rein damit. Ja, das war es auch schon. Also wie ihr seht, die Box sieht, woher, sieht man das? Ziemlich voll aus, wollte ich gerade sagen. Jetzt sehen wir doch, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, die Buttons 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau 10 Sachen und für die beiden anderen halt ein kleines bisschen weniger. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle 11 Teilnehmer des Koch-Video-Bewerbs. Es waren wirklich super, super Beiträge von euch, alle zusammen und nochmal herzlichen Glückwunsch an, ja, die ersten 3 platzierten. Ich hoffe mal, ihr werdet mit der Kochs-Vegan-Box eure Freude haben. Ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass das alles so gut geklappt hat, habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt und dass ich das jetzt auch in der Zeit geschafft habe, mit den, ähm, ja, die Boxen zu füllen, mit den Sachen, die ich geplant hatte. Ja, vielleicht würdest du ja irgendwann nochmal einen zweiten Kochs-Vegan-Koch-Video-Wettbewerb geben, vielleicht auch in anderer Form mal sehen. Ähm, würde ich auf jeden Fall sehr schön finden. Ähm, ja, erstmal natürlich nicht, wie gesagt, erst mal habe ich, äh, ganz andere Sachen zu tun. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Teilnehmen und bis zum nächsten Video. Ja, mir ist ja gerade eingefallen, dass auch noch Ostern ist, jetzt gerade. Das heißt, die Pakete werde ich eh erst nächsten Dienstag abschicken können. Also müsst ihr drei euch einfach noch ein bisschen gedulden und allen anderen. Und euch natürlich auch wünsche ich ein fröhliches Osterfest. Feiert schön mit euren Familien und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.